hallo und herzlich willkommen hier zu chicken dinner airwaves alliance wir sind wieder da so jetzt aber herzlich willkommen auch von mir ich habe Bock schon mein erstes Bier aufzumachen Ende jetzt warum eigentlich nicht hier wieder hier ist auf jeden Fall Auto ich bin auch so wenig ich habe sie ich habe sie also falls da hätten wir die runde eben schon gespielt ja nur dass die zone bei zaki ist diesmal ja die zone ist hier zaki sind quasi in der zone wenn wir zaki looten das ist dann weiß was sie kommt hier was hast du so schwer keine chance jetzt aber du hast diesmal wenigstens versucht herrlich der typ herrlich erinnere mich immer daran dass ich bei dir niemals ich trete schon um so eine waffe in den beiden hallen nicht schlecht so Und ein Zweier. Zweier? Was? Zweier? Du ziehst ja an Borde. Ja. Habe ich selber, danke. Okay. Ich wollte es ja nur anbieten. Oh, nice. Wieso komme ich jetzt nicht? Wieso anmachen? Keine Swiper. Fick die Wand hier. Ich habe meine Waffen zumindest mal. Aber ich finde sonst nichts. Das geht mir genauso. Ich habe noch nicht mal einen Helm. Der Luke ist richtig scheiße heute in Zaki. Was ist da los? Hier liegt noch eine Ace. Ace habe ich tatsächlich. Ich auch. Ich meine ich kann sie ja mal probieren. Komm ich probiere die mal. Leute ich mach mal hier. Hol uns ein Versorgungsding. Gucken ob das funktioniert. Mit was versorgt uns das denn? Waffen? Hier ist eine Mosin. Markier mal bitte. Habe ich. Habe ich. Rosin Nagant. Gesundheit. Und eine SKS? Brauche ich mal eine SKS? Habe ich. Besser ist als ein Zweier bis jetzt noch. Ja ich habe hier einen 6er. Kann ich dir dann gleich geben. Danke. Yeah Level 2 Helm. Hatte ich auch noch nicht. Dass mir der gefehlt hat. Oder hat die Kiste jetzt abgesetzt? Keine Ahnung. Siehst du was? Ne. Wahrscheinlich da wo du sie gerufen hast oder? Hing nicht darum wo sondern ob. Muss halt auch mal zuhören wenn man redet. Ich brauche noch eine Wange. Brauche ich auch. Geht oben. Hast du schon ganz oben Mene? Wie ganz oben? Sind doch nur zwei Etagen oder gibt es eine dritte? Ne da wo ich jetzt hinlaufe. Achso. Ne da oben zu den Hallen. Ne da kannst du hin da war ich noch nicht. Das mit diesem Versorgungspaket scheint nicht zu funktionieren. Erweitertes SR braucht jemand? Ne hab ich. Ich brauche Wange und. Ja brauche ich. Weil es geht ja auch auf DMR ne? Ja. M. 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 Niemalsitos und Arquatus hat. Okay. Was, wie brauchst du noch ein Zielfernrohr? Ich habe zwei Sechser und einen Achter einstecken. Ne, Sechser habe ich. Danke. Mene, hast du jetzt noch Sechser? Dann nehme ich das mal gerade. Ja, ja. Komm her. Lass mal in der Zone. Hier bin ich doch direkt. Alter. Mene! Hier liegt jetzt... Sechser hast du, Basti? Ja. Keine Aussätze eigentlich, aber... Was für die SR halt vorne drauf. Aber... Schlecht aus. Lass mal das Feuerauto nehmen und nach Georgow reinfahren, da können wir noch was looten. kommst du Basti? Ja. war das gar schon gibt du hast gut ich glaube das ist der rucksack der macht die 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 wenn es bald zu ende ist der schutz wie macht er nupp ist kann man jetzt neue george смотрите oder eine andere position sehen ich glaube er kann mal los also wird auf die andere seite fahren brücke rüber und dann den hospital luten das auf jeden fall so weit wie möglich westlich bleiben vom kringel ja ich hab mal hospital markiert das ist aber schon offen da waren schon leute da sind leute wohin will ich denn ist alles scheiße ist oder ja hier ist noch alles zu hier liegt noch es und sks vielleicht noch jemand was braucht was hier ist eigentlich noch das erweiterte ja habe ich noch hier liegt ein schwerer schaff für die ace nur noch vorne drauf für die sr wie musien hier ist erweitertes sr ja das ist das was ich habe so ja dann klatsch ich mir das jetzt hier einfach ganz wegschmeißen kompensator mündungen irgendwie sowas bräuchte ich für die musien ich brauch das noch für die ace kann ich atm mit medien erst um auf hier liegt noch eine m24 wir sollten gleich mal richtung krankenhaus im blick haben weiter aufs dach bist du vom get car rot oder was da laufen welche da oder fahren welche da sind wir mit dem motorrad genau wo ich markiert habe auch 95 wo ich markiert habe das motorrad gefahren keine markierung nicht richtung ganz 90 ja auto wir versuchen den kompaut vor uns zu kommen mal da kommt ein krate runter ja aber da gehen die anderen hin mal da ist schon ordentlich großen berg in der mitte wäre jetzt geil hier aufs dach hier aufs dach Die da überall Bäume, ey. Ich habe das Hospital nochmal im Blick, ob da noch welche rauskommen. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Was machen wir? Also die Crate liegt auf dem... Boah, mich wird geschossen. Ich habe aber nicht genau gesehen, wo. Ich würde sagen, wir cirkeln auf den Berg. Warst du in dem Haus, Mene? Ich war in der Garage. Das heißt, die müssen ja von Westen, Süden... Ich glaube, wo der gelbe Marker ist, so in die Richtung. Von da klang es so, als wären da die Schüsse gekommen. Die können ja nicht dich durch die Wand sehen. Wenn du in der Garage warst, da ist eine Wand. Nee, da ist auf der Rückseite eine Tür. Dadurch haben sie auf mich geschossen. Ja, gut. Dann in die Richtung wollte ich jetzt cirkeln. Was wollt ihr denn machen? Nach unten ist halt scheiße. Oder wollt ihr aufs Plateau? Plateau. Da liegt halt die Crate auf dem Plateau. Komm, wir gehen hier hinten runter. Ich weiß halt nur nicht, ob man auf den Berg kommt. Gut, da oben auf dem Berg ist einer. Marker, Marker. Ja, war er da oben. Da fährt ein Auto. Mein Marker, da ist einer. Zwei. Ich glaube, kein Schally und nichts. Habt ein Hit. Ja, hab's gesehen. War den Fuß des Berges am besten. Habt ihr da gerade geschossen? Ja, Basti. Ja. Hast du einen gesehen in die Richtung? Ja. Shit. Einfach nur vom Berg gucken, das sind wie die Ameisen da oben. Da schießt einer. Hat auf mich geschossen. Er hat mich mit dem Ghillie. Ich kann nicht markieren jetzt. Irgendwo da hinten. Hier, ich hab ihn am Baum. Nice. Kann mich einer holen? Ja, ich komme. Ich komme. Ich hab nicht gesehen, wo es herkam. Kein Helm mehr. Ich seh's. War der down oder war der nocked, Basti? Nocked. Aber ich hab keinen gesehen, der zu ihm gelaufen ist. Ich glaube, sind die schon auf dem Berg. Ja, da oben auf dem Berg ist seiner. Sollen wir uns hier in der Ridge verpissen? Hier ist die mitten mittig. Da oben auf dem Berg, ja, ich seh ihn. Zwei. Hab einen. Oder du, Basti. Haben mich. Haben mich. Kannst du mich hier holen, Dene? Ja, haben wir. Wir müssen hier mich eigentlich nicht sehen. Ich bin aus dem Baum dazwischen. Scheiße ohne Helm, Alter. Mein, der West ist gleich auch hinüber. Können halt hier gleich auch über den... Weil unsere Ridge hier kommen, einfach. Ja. Basti, hast du noch einen? Wo war der? Das ist der, den ich... Den ich... Eben schon gelacht hat. Mit dem... Eli? Mit dem... Der fliegt hier runter. Wenn du ihn looten willst, vielleicht. Irgendwo müsste es seine Crate sein. Der war nur nocked wieder. Da oben ist einer. Die ist auf mich, jemand? Jetzt kommen sie langsam auch von Süd... Süd... West. Ich habe zwei gesehen, dort, wo Marker ist. Blauer Marker. Basti, bist du sicher, dass dein Typ down war? Ja, ja, der ist down. Der ist da runtergerollt. Der lag da. Mit seinem Grizzly-Anzug da. Guck ich mal. Hinterm Baum. Hinter dem Baum müsste seine Crate irgendwo liegen. Ja. Wenn ich so einen ganz kaputten Level-3-Helm... Der hat noch vier HP. Also wenn wir rechts rum zirkeln, so ganz rechts rum... Da waren... Jetzt sagen wir, wir bleiben hier. Im Norden. Im Norden des Circles. Okay. Auf jeden Fall hat man hier am Stein, wo ich bin, Deckung und kann auf den Berg hochzielen. Da ist einer. Wo? An deinem Marker? Ja. Er schießt auf mich. Hit. Es sind zwei, ich habe auch einen zweiten markiert. Wir sind jetzt in der Zone, der rentt jetzt. Hatten Hit. Habe ihn? Ja. Hit. Hit. Nice, der andere ist daneben. Oh, geil. Neue Weste und neuer Helm. Ich habe mir schnell die Crate hier geschnappt. Ja, guck mal, Richtung meinem Marker waren welche. Ja, der eine ist down. Mene, du hast gerade einen genockt. Da, Baum. Hatten Hit. Ist down. Sehr nice, Mene. Ich muss mich healen. Gib mir mal Deckung. Da am Baum. Ja, da rennt einer jetzt rechte runter. Ja. Alles markieren, Leute. Ja, kann ich gerade nicht. Habe ich markiert. Willst du der Crate, glaube ich. Seht ihr jemanden? Ne, gerade nicht. Da. Wo? Markieren. Ich kann gerade nicht markieren, Mann. Hinter dem Baum. Ist von dem Spielbereich gekillt worden. Der andere läuft links rüber. Gelber Marker. Ich gehe auf den Zug. Hat mich. Er ist hier unten in dieser Kuhle drin. Finisht mich. In der Kuhle ist er hinter dem Baum. Da hat wohl irgendwas ihn gekillt. So, ne? Ich hatte den schon ordentlich angezischt. Ja, nice. Nice. Null Kills zu Dinner. Yes. Gut, das ist auch ein schöner Abschluss. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Haben wir in der Runde irgendwas politisch Ungorrechts gesagt? Bestimmt. Mit Sicherheit. Irgendwann mal. Trotzdem meisten Schaden. Ich glaube, ganz am Anfang ging es mal um irgendwelche Mütter. Das ist okay. Ja, nice. Ciao, Leute. Yo. Macht's gut.